Und so... Ok, da wird direkt gefistet, gefickt, geschnitzelt, geallest... Geallest? Was? Geallest! Schnitzelmonst! Gibt auf dem Gamepad los! Ich bin der Einzige beim Tester. Ich komm auch mal. So Schnitzel, was warst du denn? Mal gucken, Andy Test, also... Lollmechaniker. Sebastian Lehner ist Ende der Trader-Test. Leo4U Trader. Ach du Scheiße. Warte mal, wer gerade was selber vorbeigeguckt hat. Was denn? Wer denn? Merocean. Auf welchem Server? Auf deinem? Hey, ich sitz! Terra Novo. Loll. Loll. Also, als ich einmal kurz reingegang habe, ich hab grad in die Spieler-Dest-Story geguckt, auf einmal steht er da drin. Wer? Ist wieder rausgegangen. Nico. Der Inkompetente. Merocean LP. Was war der, wenn man nichts auf die Ketten kriegt? Hm. Der Mr. Inkompetent. Hey, so mit dem war er gar nicht. Ja, aber er war scheiße. Nein. Das eigentlich auch nicht, wir haben nur ständig einen verarschen, das konnte ich überhaupt nicht ab. Ja. Deswegen, der jetzt immer ankompetent. Ich hab Bock auf Action, Yannick, gehen wir auf Traitor Island einfach mal wissen können. Okay. Was ist mit dem? Ist der Yannick, glaubst du hier Traitor? Weiß nicht. Ja, der war Traitor, der Yassaru. Irgendjemand hat mich gefistet von hinten, die Ente. Loll. Mich hat der gleich gesnackt wie du. Der Detektiv? Die Ente hat dich gefistet. Ja, gepieft. Das war Donald Duck. Die Ente? Mary? Nein, 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 der andere. Wer denn? Ja, das war noch der Detekt, der sich geschlagen hat. Der Detekt hat mich geholt. Aber Merey, also der Merey ist schon auch Traitor. Nee, der eine, der mich gesnackt, ist schon tot. Merey ist Traitor, sagst du? Ja, mach einfach mal. Ist doch egal. Ja, hier sind so viele Leute. Ist doch egal. Schau, die Fisk, die ich eh schon gegen soll. Ah, sag. Merey! Wann bin ich nicht gut? Donald Duck? Na ja. Die schnelle Runden vorbei sind, desto erhöht ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann bald Traitor werde. Ja, eben. Und wir haben wahrscheinlich gleiche Lachserie wie ich. Drei, zwei, eins, join. Allerdings spiele ich nicht ansatzweise so gut wie du. Ende der Tatenübertragung. Komm ich noch auf nichts. Okay, dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme oder der nächsten Folge. Join trotzdem. Ja, ich bin doch nicht drauf. Mein Gott. Ja, deswegen sonst der Join, siehst du. Ach so. Ihr seid ja inkompetent. Auf einmal ist PK-Mob, ähm, Premium. Ja, jetzt. Lol. Der war vorher auf. Der war vorher normal. Gar nicht. Ich weiß nicht, wenn ich gekickt werde, dann schneide ich das nachher weg, aber ich geh mal auf die Toilette. In vier Leuten ist gekickt. Ich geh mal schiffen, ne Runde. Ich hoffe, das geht's klar. Ja, mach das. Ja. Verpiss dich jetzt. Alex stinkt. Ja. Bin ja auch, wer nimmt der jetzt noch auf, oder was? Ja, wahrscheinlich. Das stimmt so, dass Alex stinkt. Oder ja, Mikkel, was denkst du? Alex? Ja. Ich hab' den Geruch an sich, sagen wir es mal so, aber... Naja, stinken kann man so auch bezeichnen. Okay, dann hat's ja recht. Also, für alle, die es wissen wollen... Ja, Alex stinkt. Und... Skip. Hast du auch schon den Skip, Janik? Das kommt nicht. Achso, kippt sie, ja. Ja, alle. Ja, das ist ein Computer wird nach und nach immer teurer. Weil immer mehr Sachen dazukommen, die wir vergessen haben. Bei wie viel bist du jetzt angelangt? Ähm, Moment, muss ich gucken. Also, ein Laufwerk fehlt immer noch, hab' ich immer noch keins rausgesucht. Blu-ray von Blu-ray. Ja, ich hab' die, 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 die... Ne, Rune. Einfaches DVD reicht. Ja, aber Blu-ray ist doch die, äh, die, 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 die... Ja, er hätte noch eins in seinem Laptop. Blu-ray. Ja. Ja, meinte er. Vor allem hat er eins in der PS3. Achso. Äh, und... So. So. Also, so, 1880 mit 40 bis 100 Versand. Habt ihr was gelabert? Skipp mal ein. Äh, wir haben gelabert. Okay, gut. Wir haben über deinen körpereigenen Geruch geredet. Achso, okay. Also, da noch Aufklärung. Ja. Okay, wie die kommt. Der so wohltuend ist. Wieso wisst ihr das eigentlich auch? Ja. Ja, wir haben Geruchsrechner. Warum? Weil wir geil sind. Weil das keiner... Lol, ich hab' nichts. Es ist ein Scherz. Die zu kommen. Heißt Luca. Ah. Doch. Andi. Einmal die Scheiße. Ja. Ich will nur einmal die Leute Lava flaschen. Ich hab' nichts, Andi. Oh ja, aber echt. Für mich ein Holzschwert oder so. Drogen und nur Holzschwert hab' ich für dich, ja. Echt? Oh Gott. Geil. Wo treffen wir uns bei der Endergest? Nein. Ja, ich bin schon oben. Aber da sind voll viele oben. Ja, dann... Also, 15 Sekunden. Ja, hol dir mal die Sachen. Ich versuch' mal die Endergest zu kriegen. Alter. Ja, ich versuch' auch mal. Ich bock's mal runter. Alter, wirst du dich verarschen? Ich bin... Trater. Trater mit Alex. Nein, ich bin schon wieder Trater. Was ist denn heute los? Das ist ehrlich. Da sind keine Traters mehr oben. Andi, gib mir's bitte. Ja, hier, ähm, da. Da und da. Was snacken wir denn? Ich will den Robert Paul trotzdem snacken. Genau. Hat der ein Steinschwert gedroppt? Nein, der hat gar nichts gedroppt. Ich glaub' der hat auch gar nichts. Das ist schon mal geil, dass wir beide anderen Traters sind. Aber ich mit meinem Luck, ey. Das ist unglaublich. Ey, Alex, gehen wir zu diesem komischen Flasch da? Ja, können wir. Dann lass' mich aber drücken, Andi. Mr. Nay, weiß ich nicht. Alte werden schon beschossen, oder? Ich weiß nicht. Da, die Ente. Yannick, die Ente ist wieder. Okay. Kannst du nichts beöffnen? Activate. Activate, ja. Aber Crouch, dass der Tag nicht gesehen wird. Hat's einen erwischt? Ich glaub's hat gar keinen erwischt. Oder? Ich weiß nicht. Ne, es hat keinen erwischt. Wie kommen wir hier raus? Gar nicht. Wir müssen warten, bis die Tür da weg ist. Weil die geht mit der Zeit weg. Echt? Schade. Wir werden warten. Ah, ja. Da ist die Tür weg. Okay. Nichts wie raus da. Also, die Tür kann man tatsächlich nur aufmachen als Traitor. Ja. Gut. Donald Duck. Donald Duck. Geben wir nach links? Ja, ja. Den snacken hinter dir, Andi. Pass auf, hinten. Ne, warte. Hinter dir ist noch einer. Pass auf. Also, da sind viele Enos. Ja, gehen wir trotzdem runter, oder? Mal schauen, ob jemand einzeln herumläuft. Okay. Weil die labern ja meistens auch draußen rum, oder? Da zum Beispiel. Ah, das ist Traitor. Also, der hat sicher Traitor besser. Ja, Mr. Mary. Hinter dir, Andi. Ja. Das ist schon mit einem gewissen Hugh, Max. Weil er leftet. Jawohl. Ich hab ihn gekriegt. Lass mich den snacken, bitte. Ja, dann hol ihn dir. Ja, was soll ich machen, wenn... Ja, ich will nicht, dass er entkommt und uns verpfeift. Alter, dann snack du ihn an dich. Erwischen dich. Lol, ich kann ihn nicht hitten. Ich weiß, ich auch nicht. Jetzt hab ich ihn. Toll. Awesome. Ich kann dir die Ente nehmen? Ja, bitte. Alex hier. Die Ente, weiß ich nicht. Alter, da kommt zwei Leute. Die Ente ist Traitor, wieder mal. Ja. Ja. Ich schieß ihn. Achtung. Jawohl, hab ihn gekriegt. Noch einen. Komm schon. Stirb los nicht, alter Alex. Jawohl. Der hat einen Sattel. Einen Sattel? Ja. Ich hab übrigens genug für zweimal Creeper-Pfeile. Ja, mach mal und gib mir die Hälfte. Warte, ja genau, wir gehen jetzt erstmal... Nein, scheiß alter Warte. An die Ender Chester hoch, oder? Ja. Ich hab mal stark behauptet. Ja, vielleicht ist sie noch da oder nicht, dann ist sie nicht da. Ne, nicht in dem Turm nach oben, sondern an die andere Ender Chester. Ach so, hab ich die Auswahl schon verpasst? Ich weiß es gerade nicht. Ja. Hab ich schon? Ja, lang. Ja, ja. Ah ja, hier. So. Also, schau hier. Nice. Nice. Ist der Neilig ist Schalter, okay. Wir müssen aufpassen, nicht direkt runter schießen, sonst werden wir direkt in Klauft. Ich mein, gehen wir zum Test, da hätte ich fast gesagt, haben wir den Laufmatch und alle raus wieder. Ist schon scheiße. Da, unter uns. Hinter dir, Andy. Wo? Hinter dir ist Proofer. Oh. Alter. Na, den kann man wegnehmen, oder? Ja, aber der will uns bestimmt verpfeifen jetzt, oder? Lol, Alex! Was, ich weiß nicht. Also, warst du das? Ne, ich bin ganz woanders. Sind bei euch irgendwelche Traitor, die machen ja alle Angst. Alter, die sind so... Alex, lauf schneller, lauf schneller. Mach mal mehr Angst. Ich schaue von oben, ich schaue von oben. So, la, la, was haben wir denn noch? Schönes. Der Detektiv kommt hoch, da kommt einer hoch, Alex. Ja. Ja. Der Creeper kommt hoch. Sterbgeist. Jawohl. Gut. Pass auf. Renn weg. Zwei Leute hoch. Renn weg. Renn weg. Scheiße. Ich hab Traitor Points. Ja, ich hatte auch, aber ich bin da die Treppe runtergefallen. Ja, fuck. Ich war nur letztlich, ich hätte zwei Traitor Points gehabt. Aber gut. Oh, oh, oh. Mary hat Traitor Pässe anscheinend bis ausschaut und Leo zwölf. Juhu. Weiß. Krassikowski heißt einer. Schau mal. Ja. Ja, aber... Also. Drei. Zwei. Eins. Da. Ich weiß auch, oder? Fast, oder? End of Teams. So, letzte Runde mit der Aufnahme, hätte ich mal gesagt. Weil sonst haben wir zu viele ohne Eric. Ja, ich weiß nicht, ob das eine oder zwei Folgen sind jetzt, aber wir können... Naja, nehmen wir noch ein bisschen auf, sonst kann ich sehen, damit die Karten ist egal. Ich hab jetzt... Alter, wie viele Steve-Skin-Leute hier sind. Schau das mal an. Das Server ist voll, Mama. Sag mal, wann der Karten ist. Was, Yannick ist nicht drin? Nein. Naja. Jetzt wird man schon nicht traiten am ganzen Tag und da kommt man nicht drauf. Freispiel. Hm. Ja. Alex, wir müssen mal ne Runde Arctic Combat zusammenzocken. Oh, weh. Musst du erst runterladen mal. Das ist so geiles Spiel. Join, join, join. Alle COD aufklatschen. Zu spät. Ja, das ist der Teil der COD aufklatschen. Komplett aber. Alles übernommen. Da heißt er nach... Ich hab grad die Rollstuhl-Serie und sonst heißt... Join, join, join. Join, join, join. Join, join. Zu spät. Aber bitte nicht die, 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 die... Nicht die eckigen Gerunden. Von COD-4. Äh... Das ist aber gar nicht so schlecht gemacht für'n Feetor. Ah, dann lassen wir uns zu so'n Zocken. Free to gay. Ich weiß. Das sieht zwar scheiße, join. Das sieht zwar scheiße aus, aber... Wenn sie schon alles von CD-Clown, dann sieht's auch scheiße aus. Das Server ist voll. Mama. Alex, kein Internet mehr faken. Ach so. Dann sag ich halt... War auch, oder? Aber... Oder Oma. Oh geil. Oma schränkt das. Oma schränkt die Oma schränkt die Oma schränkt. Ah ja. Oma. Geil. Nein, nein. Oma sind geil und knackig. Wenn sie fuckig sind. Alter, alles. Das ist englisch. Ich weiß. Weil ich es einfach kann. Nein. Weil du einfach nur pervers bist. Oh ja. Das ist geil. Nein, das ist nicht geil. Andi? Hm? Ich glaube, ich mach dasselbe wie aus dem Ember dann am Geburtstag als Snack zwischendurch. Alter, die Teile waren so geil im Ember. Und dann schön Sawcream dazu. Das war das dann Soße. Alter, ich hab keinen Bogen noch. Ich auch nicht. Jetzt aber. Du musst nur von dem Schuchtel da sein. Ich hab eine Bogina. Ich hab eine Bogina. Ich hab eine Bogina. Ich hab eine Bogina. 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 Oh, ich hab sogar. Ich hab gesagt Bogina. Und nicht... Achso, und die muss ich ja noch das eine... Die muss ja noch das... Die eine Flaschen kaufen. Na, gell, Andi? Ja, die können wir auch selber mitbringen. Wir können ja auch was mitbringen. Da musst du nicht alles kaufen. So, was sind wir die Runde? Ich hab die Warnwurz. Ich hab die Eisenlandzeige gekriegt. Ich bin Indoor-Mama. Opa. Krassikowski. Bin schon drauf. Komm an, die ich mal in den Armwurz sollen. Hm. Wieso? Einer. Ein ganzes Dinger. Bist du vielleicht viel mehr eingefüllt? Was? Einer, was? Einen ganzen Dinger. Was für fünf Leute? Ja, eben. Wer ist ein Traitor, Andi? Ich bin Traitor. Und dann noch mein Cousin. Ja, wer noch? Keine Ahnung. Ich seh hier keine. Andi, mein Cousin hat gesagt, als er beim Bund war, hat er das rein an einem Abend getrunken. Ja, eben. Ich mein, die Kiste für fünf Leute will ich nicht verhassen. Star-Bar-Traitor? Eben. Ne, aber was ich hier so mache, ist bloß was Kleines. Ja, in dem Haus sind zwei Traitor. Sogar. In diesem Ort. Also nicht rein kommen. Okay. Der Robin Hood, okay. Kiste für fünf Leute. So. Also so stirbt er nicht. Fünfke ist fünf Leute. Ja, Entschuldigung. Also wir sind hier fünf Traitor. Also wie viele Traitor hier sind? Janik ist immer noch keiner. Oder wie? Ja, ich bin nicht mal draufgekommen. So geil ist man. Der Herobrine da hinten mit dem Herobrine. Das Spiel mobbt mich extrem. No. Leute, kommt lieber vor allem. Alex ist ein 2-Tracer. Das ist doch ein ansatzweise Sonde. Lol. Ich könnte mal gucken, wenn ich auf meinem Server den Pen zum Laufen bekomme. Boah. Hat der nicht total gelangt? Pen? Da meinst du aber. Ja. Ja, schon ein bisschen. Ein bisschen viel, oder? Lol, scheiß. Boah, scheiß Random Killer hier. Man muss auch nichts denken. Hm. Hat schon wieder ein paar Kills zusammen. Alter, wie bei Übel am Leggen wieder. Ich bin ein Hund, ich bände. Naja, ich sag dir mal Danke fürs Zusehen für heute. Bam. Und spielt schön brav weiter. Tschüss. Eben. Bis dann.